Assalamu alaikum meine Lieben, heute ist der 16.07. und damit auch Estic. Ich sitze hier gerade mit Cancer, wir sind auf jeden Fall so aufgeregt, also unnormal, wir freuen uns. Und wir gehen jetzt gleich zur Location, die Event-Deko ist da wahrscheinlich schon und hat schon die Deko aufgebaut. Sinem kommt auf jeden Fall auch gleich mit dazu und kurz für alle, die nicht wissen, worum es geht, wir planen schon seit ungefähr drei Monaten ein Follower-Treffen und wir dachten, wie machen wir das am besten? Wir verbinden das mit einem Picknick, also wir machen ein riesengroßes ästhetisches Picknick, deswegen Estic, ästhetisches Picknick, also ganz nach unserem Style und lernen einfach mal ein paar von euch kennen und das wollten wir schon so lange machen, also ich glaube seit zwei Jahren, aber konnten das nie umsetzen und jetzt ist endlich der große Tag, wo wir unser erstes Zuschauertreffen machen. Ich freue mich richtig. Ich hatte gesagt schon, sie hat Gänsehaut, aber wir sind einfach so aufgeregt. Wir haben uns auf jeden Fall beige gekleidet, weil das Thema ist natürlich beige, unsere Lieblingsfarbe. Jetzt sitzen wir im Auto und warten auf Sinem und dann gehen wir zur Location und in einer Stunde kommen dann auch schon die ersten Leute. Das ist unser Buffet. Jeder hat sich eine Kleinigkeit mitgebracht und es sieht immer alles so lecker aus. Wir werden richtig reinhauen. Jetzt essen wir erst mal richtig lecker. Und da kommen schon unsere Teilnehmer für das Picknick. Ich habe Angst. Wir sind so aufgeregt, wirklich. Also guck mal, wie toll die aussehen. Wir hatten so einen Dresscode, wo wir gesagt haben, weiß, beige, hell, rosa. Schaut euch das mal an, diese Truppe einfach. Ich bin so aufgeregt, wie toll.